moin herzlich willkommen bei ricks modellbau der manta ausgabe 22 ausgabe 3 für den fahrersitz wir komplettieren die rückenlehne und machen wie jetzt nur auf einer seite die verbindungsplatten dran naja das wird ja lustig gut kurz schnell und alles schauen wir uns das mal an in der woche darauf wird der unterteil vom sitzkissen dran ja dann hole ich mal die teile das sind sie fast so aus als hätte man mich gehört und die schrauben mit in den lister getan das gehört gut das ist also dann die künft platte und das einstellrad jede menge ringe und drei verschiedene kunststoff als erstes ich soll eine unterlegscheibe nehmen diese hier in den kleinen spalt dazwischen setzen ich schreibe es dagegen dann muss ich diese verbindungsplatte hier nehmen ich schreibe es hier Man sollte auch lesen, weil ich soll nämlich hier jeweils noch eine Unterlegscheibe aufsetzen. Führen Sie das Kissen 20A, das sehen wir vor der Ausgabe an den Rückenlehnen, legen Sie die rechte Verbindungsplatte bereit und sagen Sie, die rechte Verbindungsplatte ist aufgesehen, legen Sie zwei Schrauben LP bereit. Da mache ich das doch mal. Also, zwei Schrauben LP. Gut. So, das kommt hier. Jetzt kommt da rein. Gut. Machen wir diesmal. Schau, wie ihr könnt das sehen. Und hier in dieses Loch da rein. Jetzt knarzt die bisschen. Okay, das geht schon mal. Hier muss ich noch ein bisschen feste drehen. Okay, das haben wir schon immer. So, dann nehme ich die Sitzverstellschraube, lege das nächste Verbindungsteil hier drauf. Und da kommt eine Unterlegscheibe drauf. Dass das Ganze dann so aussieht. Dann wird das da drauf gepackt. Und dann kommen die letzten beiden Unterlegscheiben. Die werden jetzt auf diese Stifte drauf. Und jetzt muss das Ganze hier angebracht werden. Da bin ich ja jetzt gespannt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und das Ganze wird auch wieder mit zwei LP Schrauben gefestigt. Und das Ganze wird auch wieder mit zwei LP Schrauben gefestigt. So, jetzt fehlt nur noch die Gurtpeitsche. Dazu brauche ich eine NP Schraube. Ganz was. Kleines. Oh, wie süß. Und manche Bereiche, da wäre es gut, wenn die öfter solche. Schrauben verwenden wir die Gurtpeitsche hier drauf gesetzt. Hier sieht man zwei Löcher. Da ist der Stift. Und möglicherweise passt das Ganze dann nur in eine Richtung. Ja. Ja. Das sieht schon mal gut aus. So. Als letztes. Und die KP Schrauben. Vier Stück. Dann wird das Rückenlehntal hier aufgesetzt. Gucken, dass es schön sitzt. So. 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 eine Zwischstraube. ein bisschen. was sieht. Schöner aussieht. Ja. Sieht auch schön aus. Es hat sich gelohnt. Oder auch nicht. Wie nachdem. Wie man es sieht. Ähm. Ja. So. Das war jetzt Ausgabe 22. In der nächsten Ausgabe kommt doch tatsächlich nochmal was für den Sitz dran. Vier Ausgaben nur für einen Sitz. Ist schon ein bisschen hammerhart. Aber wie ich gesagt habe, man kann das nehmen was man hat. Mehr gibt es leider nicht. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss macht's gut. Euer Rick.